Hans Ludwig David Paul Graf Jörg von Wartenburg war ein deutscher Jurist und Philosoph sowie Majoratsherr des Gutes Klein-Öls. Familie Paul Jörg war der Sohn Hans David Ludwig Graf Jörg von Wartenburgs und Enkel des königlich-preußischen Generalfeldmarschalls Ludwig Graf Jörg von Wartenburg. Seine Mutter, Bertha Gräfin Jörg, war die philosophisch-literarisch-und-musisch-hochgebildete Tochter des preußischen Generalmajors Johann Georg Emil von Brause. Paul Jörg heiratete am 3. Oktober 1860 in Berlin die Enkelin des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, Luise von Wildenbruch. Die ältere Schwester des Schriftstellers Ernst von Wildenbruch und Tochter des königlich-preußischen Generalleutnants Louis von Wildenbruch. Generalkonsul in Beirut und dessen erster Ehefrau Ernestin von Langenhof, Dame der Fürstin Raji Will. Seine Enkel waren die Widerstandskämpfer Peter Graf Jörg von Wartenburg und Paul Graf Jörg von Wartenburg. Leben Nach seinem Abitur im Jahre 1854 am Maria Magdalenen Gymnasium in Breslau nahm er 1855 in Bonn das Studium der Rechtswissenschaft und Philosophie auf. Doch noch im gleichen Jahre wechselte er nach Breslau, um dort sein Studium fortzusetzen. 1857 unternahm er mit seinem Vater Ludwig seine erste Italienreise, an die er sich U.A. in seinem italienischen Tagebuch erinnerte. Im März 1858 legte er sein Examen ab. Nach seinem Referendariat in Breslau siedelte er mit seiner Familie 1861 nach Potsdam, wo er sich auf das Assessorexamen vorbereitete. 1865 übernahm er nach dem Tod seines Vaters die Bewirtschaftung des Familienguts Kleinöls sowie den erblichen Sitz der Familie im preußischen Herrenhaus. In den ausgehenden 1870er Jahren traf er auf den im Jahr 1871 nach Breslau berufenden Philosophen Wilhelm dem Dilltei. Aus dieser Begegnung entwickelte sich eine enge Freundschaft und wissenschaftliche Auseinandersetzung. 1891 reiste Jörg abermals nach Italien. Wissenschaftliche Arbeit Die wissenschaftlichen Texte, die aus seinem Nachlass publiziert wurden, waren zumeist in seinen letzten Lebensjahren entstanden. Jörgs wissenschaftliche Arbeiten wurden vom Gedankenaustausch mit Dilltei inspiriert, der seinerseits durch ihn beeinflusst wurde. Nach Jörg Stoth versicherte Dilltei gegenüber dessen Sohn Heinrich. Jörg sei die genialste, größte Natur gewesen, die ihm neben Hermann von Helmholtz begegnet sei. Welchen Wert soll, was ich noch schreiben könnte, für mich haben, da ich seine Beistimmung, seine Einwendungen, sein Urteil von jetzt ab niemals wieder vernehmen werde? Neben seiner Beschäftigung mit den griechischen Philosophen entwickelte Jörg eine hermeneutische Geschichtsphilosophie als Psychologie der Geschichte und arbeitete die Bewusstseinsstellungen der Epochen heraus. Darüber hinaus unterzog er das Phänomen des Raumes und der Räumlichkeit einer psychologischen Analyse. Sein Denken war vor allem von Bedeutung für die Entwicklung des Begriffs Geschichtlichkeit und hatte Einfluss auf Heidegger und Gardamer. Werke Die Kathasis des Aristoteles und der Oedipus Kolonois des Sophokles Berlin 1866 Bewusstseinsstellung und Geschichte Ihre Vers不同er rear deutscher opinfte coat Die Ch それ ist ein Gedardon Die Ch verhinderte für den Die D ب Aus Der Wir Verm float